GAMING JONKEY Hi, ich bin Amius und heute machen wir einen Ausflug in den Dschungel. In den Großstadtdschungel von Crysis 3, der neue Teil der preisgekrönten Serie Action Made in Germany. In Crysis 2 wurde New York durch Aliens in Schutt und Asche gelegt. Jetzt hat die Natur das Stadtgebiet zurückerobert. Wuchernde Bäume, reißende Flüsse, feuchte Sümpfe, zerstörte Bauwerke überall, unübersichtlich und gefährlich. Auf euch als Spieler warten keine schlaufförmigen Level mit linearem Gameplay. Sondern offene, riesige Areale. Von der U-Bahn bis zum Hochhaus. Der Großstadtdschungel von New York bietet ein spannendes und herausforderndes Gameplay auf allen Ebenen. Und nicht vergessen, ihr habt den Nano-Suit. Mehr Panzerung für einen Frontalangriff oder gut getarnt ins Gebäude schleichen? Kein Problem. Egal welcher Gegner und welches Gelände, ihr seid vorbereitet. Im Februar 2013 erscheint Crysis 3. Und wenn ihr bis dahin vorbestellt, erhaltet ihr die Hunter Edition, die als besonderen Gimmick Crysis 1 als Download enthält. Aber das Angebot ist mengenmäßig begrenzt und gilt nur bis zum 31. Januar 2013. Speziell für Amazon-Kunden gibt es das Stalker-Pack, das auch nach dem Release erhältlich ist. Der Inhalt? Eine halbautomatische Jekyll-Schrotflinte mit Schalldämpfer, Waffenskin und exklusiven Erkennungsmarken. Gute Jagd, euer Amis. Gute Jekyll-Schrotflinte mit Schalldämpfer, Waffenskin und exklusiven Erkennungsmarken.